Willkommen zurück zur Lesson 1.3 zur Philosophie von Deine kosmische Geburt. Wir Gebärmütter haben ungefähr so 150 Familien bis jetzt mit Hypnobirthing begleitet und haben daraus ganz viele unterschiedliche interessante Erfahrungen ziehen dürfen und haben uns weiterentwickelt, haben weiter Bildungen gemacht und haben uns dann dafür entschlossen, jetzt eben ein eigenes Konzept mit eigenen Hypnosen und überarbeitet und all unserem Wissen zu produzieren. Und so ist dieser Kurs entstanden, Deine kosmische Geburt, der eben nach Hypnobirthing quasi ist. Also Hypnobirthing als Basis hat und genau. Und wir möchten euch jetzt mal erzählen, was eigentlich so dahinter steht, was eigentlich unsere Philosophie ist. Und das erste ist ja schon mal die Frage, was heißt eigentlich Deine kosmische Geburt? Und das erste unserer Punkte in der Philosophie ist, Du bist ein Teil des Universums, in dem alles möglich ist. Und das ist quasi die Basissituation, unsere Basis, von der wir ausgehen. Wir sind hier auf diesem Planeten, in diesem Universum und faszinierenderweise gibt es hier Luft zu atmen, Du kannst essen und Du kannst Kinder gebären und Leben in diese Welt bringen. Und das ist ein Wunder der Natur, das möchten wir feiern und wir möchten auch mit Dir daran arbeiten. Wie kannst Du Deine Glaubenssätze verändern? Wie kannst Du Dich selber auf ein neues Level bringen? Und dafür nutzen wir das ganze Leben als Ganzheit. Ja. Genau. Wunderbar. Deine kosmische Geburt. Genau. Der zweite Punkt, den wir ganz wichtig finden, ist, jede Geburt ist einzigartig und geh mit dem Fluss. Und ich denke, das spiegelt sehr gut das Geburtsgeschehen wieder. Du kannst Dir oder Du bist herzlich eingeladen, auch in diesem Kurs, Deine eigene Kreation von Geburt zu erschaffen. Und in dem Moment, wo Du Dein Baby bekommst, nimmst Du das quasi an. Du gehst mit dem Fluss. Alles darf sein. Und alles ist auch so richtig, wie es dann ist. Und Du wirst intuitiv sein. Oder Du darfst intuitiv sein. Und mit diesem Fluss mitgehen. Es darf sich entwickeln, Deine Geburt. Ja. Schön. Go with the flow. Sehr schön. Genau. Der nächste Punkt ist, dass Du für Deine kraftvolle, achtsame und liebevolle Geburt. Und das eine ist eben, in seine eigene Kraft zu kommen, in die Selbstermächtigung zu kommen, achtsam damit umzugehen mit Dir, Deinem Leben, dem Leben von Deinem Kind. Und dann natürlich auch in die Liebe zu gehen, in die Verbindung zu Deinem Kind zu gehen und einfach ein ganz einzigartiges Erlebnis zu haben. Ja. Ja. Der nächste Punkt ist, Deine Selbstermächtigung, um selbstbestimmt zu sein. Und dafür gibt es tatsächlich dann auch ein eigenes Chapter, wo es eben genau darum geht, dass Du in Deine ganz eigene Kraft findest. Und ich denke, unter der Geburt selbstbestimmt zu sein, macht einen großen Unterschied, wie Du Deine Geburt erleben wirst. Dass Du eben nicht Deine ganze Verantwortung an jemanden anderen abgibst, sondern Du gebierst Dein Kind. Und das machst Du. Und Du bist dafür auch verantwortlich. Und Du bist völlig selbstbestimmt in Deinem Prozess des Gebärens. Wunderschön. Ein positives Mindset für die Familie. Ein positives Mindset ist so super wichtig. Wenn Du durch Deine Geburt, aber natürlich auch in Deinem Frau, Mama sein, Papa sein und allem, was da sein darf, wenn Du in dem so richtig ins positive Mindset kommen kannst, dann macht es einen riesen, riesen, riesen großen Unterschied. Und wenn Du zum Beispiel durch die Geburt so holperst und die ganze Zeit denkst, oh, könnte es bitte mal vorbei sein, dann kannst Du das zwar machen. Ist aber leider nicht besonders hilfreich, weil Du in Wirklichkeit damit natürlich den Prozess eher stoppst, als dass Du ihm ein Go gibst. Ein Ja, ich bin genau hier genau richtig und ich kriege mein Kind und das ist wundervoll. Und dieses positive Mindset, dieses Ja, dieses Surrender, das ist etwas, was wir mit Dir aufbauen, stärken und kräftigen wollen. Ja. Ja. Und das ist eigentlich auch schon mit so ein bisschen im nächsten Punkt auch enthalten, der da nämlich heißt, Deine Gedanken und auch Deine Gefühle, die erschaffen Dein Geburtserlebnis. Das ist auch gerade, was Ingen schon so angesprochen hat. Natürlich kannst Du genau Dir solche Gedanken auch machen, dass Geburt vielleicht auch ein Kampf ist, durch den Du da so durch musst und vielleicht auch noch alleine. In dem Moment erschaffst Du genau für Dich diese Welt. Oder Du kannst es auch ganz anders sehen, wie wir es auch im Kurs vermitteln, dass Geburt ein wahnsinnig tolles Fest ist. Und mit positiven Bildern arbeiten und Dir genau das wieder zu erschaffen, was für Dich wichtig ist und was Dich stärkt. Das ist damit gemeint, dass Deine Gedanken und die Gefühle ganz viel machen, wie Du Deine Welt erlebst. Ja. Sehr gut. Und dafür üben wir Entspannung und arbeiten mit Visualisierung. Und wir geben Dir ganz viele unterschiedliche Techniken an die Hand, sodass Du einerseits in diese tiefe Entspannung kommen kannst, dass Du Dir Dein Geburtserlebnis visualisieren kannst. Basis davon natürlich ist eben dieses mit den Gedanken und den Gefühlen, die eben auch Dein Geburtserlebnis kreieren. Und ja, wir unterstützen Dich darin, dass Du das richtig schön üben kannst, dass Du sehr gut da reinkommst, dass Du gut in die Entspannung finden kannst. Denn eine gute Entspannung, eine tiefe Entspannung unter der Geburt macht einen riesengroßen Unterschied. Ja, das kann ich nur bejahen. Ja, und dann haben wir hier stehen, Deine Intuition, das Bauchgefühl stärken und Dein Körper weiß instinktiv, was zu tun ist. Und ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft ganz, ganz weit weggekommen von unserem Bauchgefühl. Also, was sagt mir mein Bauchgefühl eigentlich? Wir sind einfach so viel im Kopf in unserer Gedankenwelt und auch in unserem Leben. Und Geburt ist eigentlich ein großer Loslassprozess. Also, Du brauchst Deinen Geist quasi gar nicht, sondern hör auf Dich. Guck, was sagt mein Körper mir? Was sagt mir mein Baby? Lass alle Gedanken einmal komplett hinter Dir. Und das ist eben auch das. Dein Körper, der weiß einfach, was zu tun ist. Auch selbst, wenn Du Dein erstes Baby bekommst und Dich fragst und auch berechtigst, fragst Du, wie wird das alles werden? Du hast es in Dir. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt, den wir Dir auch zeigen wollen, dass Du in Deinem Bauchgefühl gestärkt wirst und in die Geburt gehst mit einem ganz großen Vertrauen, dass Du das kannst. Als nächstes kommt Vertrauen aufbauen, dadurch frei von Stress und Angst. Und das ist so ein bisschen wie eine Waage. In dem Augenblick, wo immer mehr Vertrauen da ist, ist immer weniger Stress und Angst da. Und Du könntest tatsächlich sogar das wirklich so auch betrachten. Wir stärken in dem Kurs das Vertrauen und dadurch hat das andere immer weniger Raum. Und das ist auch etwas, was Du unter der Geburt anwenden kannst. Und wir werden Dir auch zeigen, wie Du das anwenden kannst, dass Du immer wieder diese Waage so hoch einstellen kannst, dass Du ins Vertrauen kommst und in Deine Kraft und in Deine Selbstvermächtigung. Ja, und es bietet Dir auch die Möglichkeit, eine schmerzarme oder sogar lustvolle Geburt zu erleben. Das darf man sich erst mal auf der Zunge verlegen lassen. Was? Eine lustvolle Geburt. Ja, das stellt vielleicht auch das auf den Kopf, was Du bisher vielleicht über Geburt gehört hast. Aber das darf es auch, denn wir sind auch dafür da, Dich zu inspirieren, auf andere Gedanken zu kommen. Wie kann denn Geburt noch aussehen? Und zwar tatsächlich schmerzahm und lustvoll. Und das hat auch wieder ganz viel zu tun mit der Entspannung und mit dem Vertrauen. Denn wenn Du Deinem Körper die Chance lässt, zu gewähren, was er nämlich kann, dann darf Geburt auch schmerzahm sein und auch lustvoll. Ja. Wow. Huiuiui. Als nächstes geht es um die Familie. Familie gestärkt als Team. Und das ist egal, wie Familie aussieht. Ist es eine Frau alleine mit ihrem Kind? Auch das ist eine Familie. Ist es klassisch ein Paar mit Mann und Frau? Sind es zwei Frauen? Oder haben wir auch ein Transgender-Paar? Es ist alles möglich. Eine Person bekommt ein Baby und hat eine andere Person dabei, die die Geburt begleitet. Und wir wollen dieses Konstrukt als Team stärken. Manchmal haben sie auch sogar noch mehr dabei, wie zum Beispiel auch noch eine Doula, eine Geburtsbegleitung oder wie auch immer das Konstrukt sein mag. Dass ihr als Team gestärkt seid und nicht nur, ja, häufig ist es dann so, dass die Geburtsbegleitung so ein bisschen so an der Seite steht und sich auch hilflos fühlt. Also das Doofe ist ja eigentlich das Gefühl, so machtlos und hilflos zu sein und, ja, seiner gebärenden Partnerin dabei zuzusehen und das Gefühl zu sagen, ich kann nichts machen. Und da einen Perspektivwechsel hinzubekommen, zu sehen, wow, das ist meine kraftvolle gebärende Frau. Die bekommt gerade ein Kind. Und das ist alles super so. Es ist alles perfekt. Es gibt nichts zu tun. Und wenn ich sie unterstützen will, dann habe ich die passenden Tools, um etwas für sie, also um eben ihr beizustehen und um eben wirklich auch Wohlgefühle auszulösen, Entspannung auszulösen und all diese Sachen. Also ich habe wirklich Tipps und Tricks an der Hand. Ich kann aber auch genauso gut mal in der Ecke sitzen und immer sagen, ich esse einen Apfel und bin einfach nur da. Auch das ist eine wichtige Geburtsbegleitung. Für sich selbst zu sorgen, tatsächlich in dem Sinne, ja. Ja, und auch dieses Ruheausstrahlen, weißt du? So einfach in der Ecke sitzen und Ruhe spiegeln, Vertrauen. Ja. Ja. Ja, und der nächste Punkt lautet, selbst bei eventuellen Eingriffen ruhig und entspannt zu bleiben. Du darfst deine Geburt kreieren, aber du darfst auch gerne offen bleiben für das, was an dem Tag unter deiner Geburt, unter eurer Geburt tatsächlich passiert. Und ja, es kann tatsächlich sein, dass Sachen passieren, die eben nicht zu deiner Wunschgeburt gehören. Aber auch da, bei sich zu bleiben, ruhig zu bleiben, das annehmen zu können und auch dann eine gute Geburt zu haben, das ist nämlich möglich. Wenn du nämlich auf Augenhöhe bist und selbst wieder entscheidest, was mit dir passiert, dann sitzt du immer noch an deinem Steuer. Ja. Und genau diese Ruhe leben zu können und dich auch darauf verlassen zu können, dass deine Geburtsbegleitung genau das in diesem Moment mit dir macht. Nämlich ruhig zu bleiben und es anzunehmen und ja, deine Geburt weiterleben zu können, auch wenn sie vielleicht nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Super, super wichtiger Punkt, wie ich finde. Ich auch. Wir beide, deswegen steht da ja. Okay, wir kommen zum letzten Punkt. Seid ihr bereit? Der letzte Punkt ist, dein Wochenbett mit viel Zeit zum Kennenlernen. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne den Teil des Wochenbetts auch mit in diesen Kurs integrieren, dass du wirklich gestärkt ins Wochenbett gehst, dass du dir die Zeit zum Kennenlernen als Familie gönnst, mit deinem Kind gönnst, einfach zu guckst, wie du die Verbindung aufbaust, dass ihr schaut, dass ihr gut geschützt in eurem eigenen Leben erstmal ankommt. Ja, also das Leben muss ja da erstmal richtig Leben lernen. Also so ein Baby, das lernt in dem Augenblick, wie das Leben funktioniert und das zu begleiten und dabei zu sein, das möchten wir euch gerne mitgeben. Und das ist der Abschluss, das letzte Chapter aus unserem Kurs, was denn da Babymoon oder auch Wochenbett heißt. Also Babymoon heißt es und es soll heilen, also es ist quasi auch das gleiche Wort, Synonym für Wochenbett. Genau. Ja, genau. Das war es. Das ist die Philosophie. Das ist das, was wir euch mitgeben wollen. Und ja, wir denken, es ist ein rundes Konzept. Auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns total, dass du jetzt weiter durch den Kurs sliden darfst. Du darfst jetzt immer weitergehen durch die unterschiedlichen Einheiten und es dir dabei gemütlich machen. Und wir wünschen dir ganz viel Spaß. Genau. Genau. Vielen Dank.